Ok Leute, Patti ist glaube ich jetzt fertig mit Duschen. Wir gehen jetzt hier einfach mal ins Bad, der hat schon aufgemacht. Hier sehen die Sachen, hier ist Patti vorm Spiegel und wäscht sich die Hände mit dieser ekligen Kernseife, die wir hier haben. Ach, 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 ach. Hier ist unser cooler Hollywood Spiegel mit den komischen Läppen. Patti mit dem hässlichen Schmutz von dir auf Patti. Alles klar. Ja, ja. Cool. Hier kriegt man immer seinen kleinen Sack zu sehen. Und seinen kleinen Puller. So ist alles drauf. Ja, wie ihr seht, ist das Quatsch nicht besonders genau wie Patti. Ja, und hier den Rest kennt er ja. Also bis dann.